Einen schönen, wunderschönen, einen ganz tollen guten Abend und herzlich willkommen bei Surviving the Aftermath. Das Überleben muss weitergehen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Die Kamera habe ich noch nicht richtig eingestellt, weil die war bis eben noch nicht oben wieder auf dem Computer drauf. Wir haben gestern noch mal für den Stream in der Charité getestet. Auf Discord habe ich auch noch ein paar Bilder davon herumgeschickt. Ja, und es scheint alles zu laufen. Es ist alles bereit für nächste Woche. Ich freue mich wahnsinnig. Aber erstmal gucken wir uns hier das Spiel an. Ich habe mich mal weggedreht, weil das Letzte, was hier passiert ist, nachdem ich die letzte YouTube-Folge aufgenommen hatte, war, dass hier ein paar Meteoriteneinschläge sind und hier ganz viele Häuser repariert werden müssen. Wir haben eine neue Queste. Das Camp ist mittlerweile etwas gewachsen. Hier hinten haben wir tatsächlich richtige Häuser. Verbessertes Wohnhaus. Das haben wir drei Stück. Und ich habe hier schon angefangen, Camps abzureißen. Die Häuser sind hier gerappelt voll. Hier in der Notunterkunft ist noch ein Platz. Wenn wir wieder genug Metall angesammelt haben, im Moment haben wir nur vier, bauen wir da hinten noch ein Wohnhaus hin oder... Ne, hier sind wir gerade ein Wohnhaus am Bauen. Ah, alles klar. Und dann müssen wir das updaten. Und dann können wir hier diese Notunterkunft wegnehmen. Ja, und sind wir immer noch bei 14 Kindern. Das hört auch nicht auf, glaube ich. Da müssen wieder welche von erwachsen werden, damit wir hier genug Jobs haben. Auf jeden Fall haben wir hier einen zweiten Schürfzug, der auch Metall heranbringt, weil Metall ist tatsächlich ein knappes Gut. Hier sind relativ viele Bäume weg und so. Ich bin noch auf Pause, weil wir haben noch einiges zu tun. Ich habe euch kurz so ein Kleine... Diese Häuser sind wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man da so reingeht. Ich habe auch die Verbesserten. Da hat man dann auch quasi ein bisschen Privatsfände. Das Upgrade davon heißt in der Tech-Tree Innenraumwände. Also ja, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel Luxus, aber es ist wenigstens das erste Upgrade für die Behausung. Und ja, wir bauen Metall ab und sind auch schon ein bisschen dabei, die Welt draußen zu erkunden. Und wir haben ein bisschen was bei den Quests gemacht. Wir gehen mal kurz raus hier. Dino an der Saale, hier ist unsere Stadt. Wir haben hier einmal Flieger des Überflusses. Wir sollen diesen Flughafen aufsuchen. Das ist eine unserer Questen. Hier haben wir einige Spezialisten. Du bist bereits fertig, aber auf dem Weg dahin. Genau, dich habe ich schon mal dahin geschickt. Hier wird was erkundet und hier wird was auseinandergenommen. Genau, wir sind also hier schon gut verteilt mit unseren Spezialisten. Und eine, die Späherin Armecuni bleibt jetzt erstmal, oder der Späher, der Späher Armecuni bleibt jetzt erstmal im Lager, weil wir hatten immer mal wieder auch ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich mit Ereignissen am Tor. Wir haben es ja uns ja nicht ganz leicht gemacht. Das heißt, ich will immer einen Spezialisten, eine Spezialistin auf jeden Fall im Lager haben, damit uns hier nichts blöd kommt. Und wir haben im Moment zu wenig Leute, dass ich hier noch irgendwelche Wachtürme an den Eingang stelle. Aber als erstes kommen wir hier mal zu der Quest, bevor wir die Pause aufheben und gucken mal, was ist. Weil wir haben noch einen Spezialisten. Wir haben aber zu wenig Geld. Das heißt, ich werde wahrscheinlich diesen Spezialisten wegwerfen. Mal gucken, was das Ereignis ist hier. Jenseits von morgen. Vor der Apokalypse errichteten Menschen die unterschiedlichsten Gebäude. So ein Bauwerk haben jedoch nicht einmal diejenigen gesehen, die sich an die alte Zeit erinnern können. Die abgelegene Lage deutet darauf hin, dass der Erbauer es vor dem einfachen Volk verbergen wollte. Die Markierungen auf der Ausrüstung sind jedoch erkennbar. Es gibt einige abgelegene Gebiete, in denen ähnliche Markierungen an Gebäuden und alten Wrackteilen gesehen wurden. Da jetzt jeder weiß, wonach er suchen muss, sollte es einfach sein, ähnliche Orte zu finden. Wir haben einen Weltuntergangsbunker quasi auf der Weltkarte gefunden. Und das ist Teil der Hauptquest. Das, was wir jetzt hier haben. Oh, und ich muss mich mal klein machen, ne? Riesen André. Genau, Untersuche Orte auf der Weltkarte. Wir haben jetzt hier... Oh, und da ist direkt ein Ort jenseits von morgen. Ist direkt ein Ort hier in Reichweite für unseren einen Spezialisten. Dann haben wir hier noch einen. Das ist ein ganz schönes Stück weit weg. Und hier unten haben wir auch noch einen. Alles klar. Da ist leider niemand so richtig in der Gegend. Und einen, wie gesagt, hätte ich gerne immer im Lager. Aber könnten wir vielleicht rausschicken. Wo bist du denn? Du... Ah, du hast hier hinten die Käfer gekillt. Genau. Hier sind immer Käfer hingekommen und haben die Leute, die hier Metall abbauen, belästigt. Damit sollte es jetzt vorbei sein. Und dann würde ich sagen, Arme Kuni können wir auf die Weltkarte schicken. Und ja, wirb einen Spezialisten an. 700. Das muss ich ablehnen. Wir haben 269. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis wir wieder Sachen bekommen. Mischka ist natürlich super, dass es ein Anführer ist. Weil Anführer haben eine relativ hohe Geschwindigkeit, können Forschung krass abbauen. Haben eine hohe Erholung, haben einen hohen Angriff und können ganz gut plündern. Also haben irgendwie so alles Mögliche. Aber wir haben keine 700. Ganz einfach. Das heißt, wir müssen das ablehnen. Schönen Tag noch. Und jetzt ist der Timer zurückgesetzt. Und wir haben wieder vier Tage, wo ein neuer kommt. Und in der Zeit haben wir dann hoffentlich mehr Kohle. So, ich mache jetzt mal die Zeit ein bisschen an. Und gehe jetzt mal auf die Weltkarte. Und da ist unser letzter Spezialist. Und da können wir jetzt direkt einmal sagen, geh mal zu diesem ersten Teil der Hauptquest. Mal gucken, was da ist. Ja. Jenseits von morgen. Der erste Standort liegt ziemlich weit von der nächstgelegenen Stadt entfernt. Das Gebäude hier ist in einem noch schlechteren Zustand als das letzte. Die Säulen, die das Gebäude stützen, sind teilweise geschmolzen. Tiefe Bombenkrater im Boden erzählen die Geschichte dieses Ortes, der während der endlosen Kriege sein Ende fand, die nach dem Sturz der Regierungen geführt wurden. Das Bauwerk scheint größtenteils aus hochwertigen Materialien zu bestehen, was darauf hindeutet, dass der Auftraggeber tief in die Tasche gegriffen haben muss. Oh, wir haben vier, ähm, vier Waffen-Dingsi-Bumsi bekommen. Wir, ja, wir gehen jetzt direkt von hier aus zurück. Und jemand anderes sucht diese anderen Orte auf. Hier, unsere, ähm, Plündererin könnte hier als nächstes, Byte-Welt könnte als nächstes dahin gehen und den Teil der Quest erledigen. Jetzt sind aber alle im Feld. Und ihr seht, der vierte ist hier unterwegs. Ah, und jetzt, bevor hier irgendwas passiert, Zang, ah, Zang können wir, können wir erst wieder umbenennen, wenn wir im Lager sind. Das heißt also, Zang geht jetzt erstmal gleich zu, äh, hier runter, zu diesem, äh, Dings. Und dann, erst wenn Zang mal wieder zurückgekehrt ist, dann können wir ihn auch umbenennen. Dagviel, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. So, wir gucken mal gerade. Ich habe hier die Sanitätszelte, äh, oh, ich habe die Sanitätszelte unbesetzt, beziehungsweise jeweils nur mit einer Person. Da ist das mit dem Lagern schwierig. Aber wie gesagt, kurz bevor ich hier ausgemacht habe, gab es ein, gab es Einschläge von Meteoriten. Das war so ein bisschen ungünstig. Ja, wer räumt diesen Giftmüll weg? Da sind wir auch bei. Wir haben, oh, wir haben wieder Wissenschaft. Ich mache nochmal, äh, auf Pause. Wir können nämlich jetzt wieder wissenschaftliche Sachen machen. Dann sehen wir auch, an welcher Stelle wir denn mittlerweile angekommen sind. Wir haben gemeinsames Essen. Das heißt also, wir haben das Kochhaus freigeschaltet. Wir könnten fortgeschrittenen Landbau machen. Mittleres Feld und großes Feld. Oder Tierzucht. Metallplünderung und Handwerk haben wir erforscht. Und genauso Tauschhandel. Das nächste wäre jetzt Betonplünderung. Äh, 350. Ich weiß noch nicht, ob wir für irgendwelche Sachen Betonbau brauchen. Aber irgendwann werden wir das wahrscheinlich machen müssen. Ähm, Müllauswertung. Wir können mehr Plastik abbauen. Das wäre ein Update für den, ähm, den Recycler. Oder regenerierbare Materialien. Upgrade für den Metallsammler. Oh. Ja, ich denke mal, wir machen als erstes mal ein Upgrade für den Metallsammler. Weil wir müssen erstmal einiges an Metall sammeln, dass wir die Updates für die ganzen Wohnhäuser machen können. Äh, und hier haben wir eine Schule. Die würde ich auch gerne bauen. Da brauchen wir 75 Metall. Also mehr Metall immer hilfreich. Wir haben relativ viele Verletzte und teilweise auch Verstrahlte. Ähm. Oh Mann. Das ist nicht so gut. Wir haben nicht genug. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann jetzt mal ein drittes Sanitätszelt bauen. Jetzt gab es sehr, sehr viele Verletzungen. Müssen wir mal schauen. Ist hier, genau, zwei Patientenplätze. Ich hoffe, den, okay, wir behandeln hier. Da sind wir auch bei 65 Prozent. Ich würde hier gerne mehr einstellen. Oh, das geht. Ja, aber hier geht es nicht, weil wir nicht genug Leute haben. Ja. Das eine Zelt ist mit mehreren Leuten besetzt. Dann können sie hier behandeln und hoffentlich die Zahl der Verletzten und Verstrahlten ein bisschen reduzieren. Gut. Hier sind wieder Behandlungsplätze frei. Hier oben bei dem. Gut. Und hier wird jetzt weiter behandelt. Sehr gut. Die Zahl der Verletzten sinkt wieder. Schön. Genau. Und hier sollte weitergebaut werden. Dann haben wir hier quasi demnächst ein Wohnhaus, was ich direkt upgraden muss. Dafür brauche ich auch noch oder will. Dafür brauche ich auch 30 Metall. Das haben wir jetzt Gott sei Dank. Oh, und das nächste, wofür wir auch Metall brauchen, ist dann, dass wir anfangen Strom zu produzieren. Und dafür brauchen wir auch Metall. Also wir brauchen für alles mögliche Metall. Und hier liegt Metall herum. Schönen guten Abend, Zarezzani. Oh, und unsere Spezialisten sind einsatzbereit. Yay. Das heißt, wir gehen mal auf die Weltkarte. Wir haben hier. Okay. Ja. Gut. Der nächste Schritt führt dich dahin. Dann. Ah, Plünderung abgeschlossen. Wir haben Medizin eingesammelt. Sehr schön. Und du bräuchtest drei Runden, um zu dem Ort zu kommen. Und dann könntest du noch mehr. Könntest du hier unten noch was plündern. Auf dem Rückweg das hier mitnehmen. Könnten sagen, geh mal hier hin und plündere dies. Ja. Ich glaube, das mache ich. Du sollst da Unterhaltungsgegenstände plündern. Und ansonsten sind alle unsere Leute beschäftigt. Genau, unsere Aramakuni ist wieder zurückgekehrt. Und Zang ist kurz davor. Da müssen wir noch einen Namen finden. Aber alle, die jetzt Ausrufungszeichen Team im Chat schon eingegeben haben, die sind schon in der Liste. Ich habe gesehen, Zarezzani hat das auch getan. Sehr gut. Hast du das getan, Zarezzani? Habe ich das nicht mitbekommen. Aber auf jeden Fall. Ah, nee, genau. Du hast es noch nicht getan. Ich habe dich nur in der Liste gesehen. Also wer Teil der Crew, der Spezialisten werden möchte, der muss Ausrufungszeichen Team eingeben. Und dann wird das was. Sobald Zang zurück im Lager ist, können wir ihn mal umbenennen. Vom letzten Stream. Ja, ich habe zwischendurch, das hier ist der Spielstand, nicht ganz vom letzten Stream. Ich habe zwischendurch auch noch mal drei, vier Folgen für YouTube aufgenommen. Tatsächlich. Ich habe das also ein klein bisschen weitergespielt. Das hier, weil das nur im Stream durchzukriegen, weil ich ja keinen festen Termin habe, um Surviving the Aftermath zu streamen. Ist gerade so viel los. Habe ich gesagt, ich nehme auch so ein paar Folgen für YouTube aus. Für Spacehaven hat das ja auch immer noch geklappt. Es gibt noch kein Update für Spacehaven. Aber sobald es ein Update für Spacehaven gibt, werde ich das A, bestimmt auch wieder mal streamen, aber B, vor allem auch Folgen bei YouTube aufnehmen. Ja, genau. Aber ich will diesen Spielstand, den wir einmal angefangen haben, nicht irgendwo versauern lassen. Das ist so. Ja. Genau. So, wir erforschen. Leute werden geheilt. Gut, die Zahlen gehen hier runter. Das ist schon mal sehr gut. Und die Reparaturen sind alle abgeschlossen. Ich kann hier, glaube ich, na, ich lasse da noch eine Person drin. Und wir können mal ein bisschen auf schneller machen. Und Bau fertiggestellt. Sehr schön. Hier hinten haben wir ein Wohnhaus. Und dann müssen wir direkt einmal sagen, verbessertes Wohnhaus bestätigen. Weil ich da auch schon das Update erforscht habe, werden wir, bevor dann hier einer einzieht, machen wir direkt ein verbessertes Wohnhaus draus. Und dann, wenn das fertig gebaut ist, können wir das Zeltcamp endlich abziehen. So. Jetzt haben wir noch zwei, eine verstrahlte Person. Und die sollte auch bald geheilt werden. Oh, Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Hochwertiger Schürfzug. Jetzt können wir also auch, können wir den, 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 den Metallsammler upgraden. Aber vor allem können wir auch Produktionstempo von Metall, nicht nur vom Metall, sondern Schürfzug, Recycler, hochwertiger Schürfzug, hochwertiger Recycler. Genau. Das bringt uns was für Recycler und für den Schürfzug. Schürfzug sammelt Metall. Recycler ist das, was Plastik einsammelt. Genau. Oh, Tamara ist jetzt eine Seniorin. Sie ist bald am Ende ihres Lebens angelangt. Ja, also tatsächlich werden hier Leute auch älter. Und naja, wir haben ja auch einige Kinder, die können mal, wir haben zwei Seniorinnen und 14 Kinder. Wenn die Kinder erwachsen werden, dann können sie auch ein bisschen was arbeiten. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Ja. Okay. Ich kann mal ein bisschen schneller machen. Hier einmal durch die Nacht. Es ist jetzt keine besonders große Krise. Verbessertes Wohnhaus ist fertig. Da haben wir ein Ereignis. Dann sollte das hier leer sein. Genau. Wir können das hier abreißen und dann gucken wir mal, was dieses Ereignis ist. Versteckte Reichtümer. Ein plötzlicher Schrei durchbricht die Stille in der Siedlung. Ein Dieb, ein Dieb ist unter uns. Du eilst zum Rand der Kolonie und siehst einen Mann in abgewetzten Kleidern, der in Richtung Wald läuft. Einige Kolonisten nehmen die Verfolgung auf. Was sollen wir mit ihm tun? Fragt einer von ihnen. Seid gnädig. Übt Vergeltung. Bleibt... Oh. Ich habe aus Versehen bleibt hart angeklickt, weil ich den Fokus kurz hatte. Ich habe den Spielton wieder hochgedreht. Ich hatte gesehen, dass ich den runtergestellt hatte. Und dann habe ich aus Versehen jetzt hier... Ich muss... Nicht an die richtige Stelle geklickt. Ich habe gesagt, bleibt hart. Aber ich glaube, das hätte ich auch ausgewählt. Mist. Okay. Das Ergebnis meiner Auswahl bleibt hart. Du trägst den Kolonisten auf... Du trägst den Kolonisten auf, fair zu sein. Sie holen den fliehenden Mann ein und setzen ihn in einer nicht weitgelegenen Höhle fest, die gefüllt ist mit allerlei Diebesgut. Nein. Nehmt mir meine Schätze nicht weg. Ich brauche sie, fleht der Mann, während ihm aus dem zahnlosen Mund die Spucke in den Bart tropft, die an ein Vogelnest erinnert. Die Kolonisten nehmen ihm das ab, was er gestohlen hat. Unsere Strafe ein wenig mehr. Der Mann gibt sich schuldbewusst. Stimmt. Es ist... Beidwell sagt gerade, er fand es doof, dass man nicht gesehen hat, was er geklaut hat. Das hätte mich nämlich auch interessiert. Was hat er denn geklaut? Aber ganz offensichtlich, wir nehmen ihm das ab, was er geklaut hat und ein bisschen mehr. Er hat offensichtlich Kartoffeln und Gewebe geklaut und etwas Wissenschaft. Wahrscheinlich hat er keine Wissenschaft. Doch, wir hatten eben noch mehr Wissenschaft. Ja, ja. Oder? Ne, wir hatten eben... Genau, er hatte Gewebe und Kartoffeln und die Wissenschaft klauen wir ihm jetzt. Was immer Wissenschaft auch sein mag, wahrscheinlich irgendwelche Bücher als Strafe oder so. Ist okay. Hätte schlimm... Hätte schlimmer... Äh... Schlimmer sein können. So. Hier ist jetzt ähm... Unsere Notunterkunft weg. Wir haben wieder Platz auf der linken Seite und können anfangen, hier Dinge zu bauen. Das ist sehr schön und unsere Spezialisten sind einsatzbereit. Äh... Dann gucken wir mal. Ah, ja, genau. Seng. Einmal. Flieger des Überflusses. Bei deiner Ankunft auf dem Flughafen wird offensichtlich, dass sich die Nachricht weit und breit verbreitet hat. Eine Meute von Räubern und Überlebenden greift nach allem, was sie in die Hände bekommen kann. Man muss schon clever oder skrupellos sein, um die guten Sachen abzugreifen. Einige der alten Flugzeuge sind noch unberührt und den wenig anspruchsvollen Plündern könnten Ressourcen entgangen sein, die schwieriger zu finden sind. In die Möglichkeit greife dir, was du kannst. Plündere ein in der Nähe stehendes Flugzeug. Das kann ich nur als Plünderer. Kämpfer und Speer. Suche nach Wertgegenständen. Ich würde sagen, wir nehmen das Zweite, was das Spezielle an einem Plünderer ist. Wir haben jetzt nur den einen Plünderer. Ja, dann nehmen wir also die zwei. Während die Hangars voller Menschen sind, um die scheinbar wertvollsten Dinge kämpfen, sind die meisten alten Flugzeuge noch unberührt geblieben. Ein großes Flugzeug mit zwei Propellern, das am Rand der Startbahn sitzt, dürfte für einen scharfsehnigen Menschen mit dem richtigen Werkzeug reichlich verwertbares Material bieten. Ein wenig Klettern und Plündern, später ist der Sack voll mit wertvollen und seltenen Gütern. Wir haben 40 Teile, Metallteile, 50 Komponenten und 60 Metall. Uh, das hat sich gelohnt. Eieieiei, da würde ich doch mal sagen, mit der Beute, weil wir dich auch umbenennen wollen, definitiv, kommst du jetzt direkt mal, also er hat zwar noch volle Hitpoints, aber wir gehen jetzt mal, wir gehen mit Zang jetzt einfach mal zurück. Er könnte hier auch noch Medikamente abgreifen. Könnte er wirklich, wenn er ja schon mal da in der Nähe ist. Äh, 30 Medikamente sind da, dann ist er aber zwei Tage damit beschäftigt, wie viele Medikamente haben wir. Wir haben nicht mehr viele Medikamente. Wir müssen hier, wir müssen Zang erst noch dahin schicken und dann ziehen wir ihn zurück zu uns mit den ganzen tollen Sachen, die er gefunden hat. Auf jeden Fall werden uns die Komponenten hier oben mit den Komponenten Untertitelung des ZDF, 2020